hallo liebe leute ich bin akumisi 21 ist mein songs let's play und crazy talk videos ja heute gibts ein dichttrack alter ein dichttrack habe ich überhaupt mal ein dichttrack gemacht ja gegen mein hater aber ansonsten noch nie in richtung eines youtubers let's go heute wird gedischt wer ist es wohl ha ha nur ein hashtag nur ein dicht geht heute ab flasche auf den kopf ja das macht ihm spaß und dann noch fett von mir weg gibt es noch mal schauen denn einige machen es noch nur ein dicht heute am start die knarren nach jahren ausgepackt nur ein du willst gedischt wer na dann komm ich mal ran die bierflasche darf nicht fehlen heute bist du dran let's go bierflasche ohne gehörfen in die hand nur ein bekommt die flasche auf den kopf mehrmals schlag ich drauf denn ich bin so hart im hut raus nur ein das hättest du nicht tun sollen wettertisch bier weggekippt auf die fresse hat gebischt ich glaube mal habe ich scheiße doch dieser dicht mit diesem beat so hart wie ein obliger geißen ha 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 yeah hashtag nur ein dicht geht heute ab flasche auf den kopf ja das macht ihm spaß und dann noch fett von mir weg gibt es noch mal schauen denn einige machen es nach nur ein dicht heute am start akkumusik machten dicht track mit allen heiliger filmern hart ich hab gerade gar nicht weiß ich spielst du nur ein fuck fuck yo nur ein alter krasse scheiße alter was ich hier produziert habe ha 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 yo yeah das war ein DRISKING DISS nichts persönliches alter aber yo du wolltest diesen DISS yeah ja 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 ja